Wir sind tief entspannt. Die letzten zwei Minuten. Diesmal wird's nicht verkauft. Die Challenge im Stream von Nordic war folgendes. Fünf Minuten lang nicht das Wort Ich sagen. Viel Spaß mit dem Video. Ich darf ein gewisses Wort nicht... Oh Mann, ich hab's schon wieder gesagt. Alter, ich drücke die Punkte zurück. Ich kann das nicht. Ich kann nicht fünf Minuten lang nicht ich sagen. Das Wort Ich darf nicht genannt werden. Ich krieg das nicht hin. Zum Glück. Hallo Stream. Ja geil. Nein, das ist nicht geil. Das ist echt aus der Zeit. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich lese es nicht vor. 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 Wie geht es mal los? Ich lese es nicht. Ich lese es nicht vor. Ich lese es nicht vor. Wenn nichts gefragt wird, muss auch nichts gern vorbeiführen. Nein. Nein. Gute Frage. Lange. Bis ich diese Challenge schreibe. Ich weiß es nicht. Das wird nicht gegönnt. Das wird nicht gegönnt. Ich hab Zeit. Nicht äh.. Nein. So super zufried. Wieso? So beziehungsvoll angekommen. So hoch so hoch, du bist so hoch. Ich verstehe es nicht. Nein. Ich hab einfach gekauft. Alter, ich hab mich wirklich gekauft. Nein. Einfach... Nein, Alter. Willst du die Pamela-Fraktion? Das findest du nicht. 5, 4, Alter. Let's go. Diese Punkte sind hart erarbeitet. Ich schwör's euch. Die wurden echt hart erarbeitet. Uff. Alter. Ich bin kurz bevor den Stream zu beenden, weil wir einfach keine Kraft mehr haben. Erstmal die Punkte einlösen. Digga. Maschalle einfach Nordic Sturm. Klick. Abgeschlossen. Luca. Ablehnen. Einfach, was Luca ist. Zack, zack, zack. Weg damit. Zack, zack. 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 Zack, zack.